Und dann Moinsen zum Vorbericht rund ums Spiel gegen FC Bayern München am Samstag um 15.30 Uhr, ein Auswärtsspiel, viel zu wenig, so hatte ich es glaube auch im Thumbnail drin gegen Schalke zum Stadionvlog natürlich, weil es war halt zum unpassendsten Zeitpunkt überhaupt die schwächste Leistung der Saison bisher. Ja, das nach so einem guten Spiel in Köln, da muss er leider nur einen Punkt mitnehmen oder auch mit dem Punkt okay sein, auch wieder eine rote Karte, da kommen wir später zu. Ja, diesmal lag es halt auch nicht mal an Chancenwucher, das war ja das andere Thema in Köln, diesmal waren ja keine da, also spätestens nach dem 1 zu 1, wie gesagt, war Sendepause, komplett enttäuschend, dieses blöde Alibi angekotzt, Gekicke, so als wären sie angepisst, dass es gegen Schalke nicht mit 5% Leistung gehen würde, gegen jeglichen Bundesligisten geht es nicht mit 5% Leistung. Aber halt bei Schalke, es ist halt ein Aufsteiger, die spielen keinen besonderen Fußball, es ist ein Abstiegskandidat, gegen wen willst du gewinnen, wenn nicht in einem Heimspiel gegen die, nach einem 1 zu 6 in Union. Also 5 Spiele, kein Sieg, 4 Unschiede an der Liederlage, jetzt kommen die Bayern, danach zu Hause, Frankfurt, danach Länderspielpause. Noch ist es ein okayer Saisonstart, der aber auch recht schnell zu einem schlechten Saisonstart werden kann. Klare Worte, die gab es zum Glück auch von Missenthal und Materazzo nach dem Spiel, kein Schönsaufen oder wenig Schönsaufen wäre auch nicht angebracht, hat man aber in der Vergangenheit schon öfter. Materazzo mit den Worten von ordentlicher Anfangsphase, ordentliche Leistung in Unterzahl, alles dazwischen war nicht ausreichend. Die ganze PK nach dem Spiel gibt es bei Schalke auf dem Kanal, habe ich natürlich auch wie alles andere in der Videobeschreibung verlinkt. Sehr hörenswert, finde ich. Und eben auch zum ersten Mal in der Saison schlecht gespielt, ein glücklicher Punkt. Rote Karten, die bekommen ihren eigenen Unterpunkt, das habe ich vorhin schon gesagt, gleich mehr dazu. Klar, es war eine sehr fragwürdige gelb-rote Karte von Wagnermann, auch eine fragwürdige Schiedsrichterleistung. Drexler hätte da wahrscheinlich auch mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen, mit seiner Szene danach. Oder du gibst eben, also entweder du gibst beiden Gelb-Rot oder du gibst keinem Gelb-Rot, er hat nur uns die Rote-Gelb-Rot gegeben. Schwierig, bin auch das erste Mal im Spiel dabei gewesen, dass die Schiri-Leistung na ja war, aber nicht spielentscheidend. Trotzdem, es geht hier um die roten Karten und da fehlt halt einfach über alle Flichtspiele bisher komplett die Cleverness. So ganz doof gesagt, ich weiß, das ist naiv, aber ganz doof gesagt, dann bleibe ich da halt weg. Wenn ich Gelb habe, bleibe ich da halt weg in so einem Zweikampf. Natürlich nimmt er das an, wenn ich meine Schulter oder meinen Körper da rausstelle. Klare Geschichte. Jetzt hast du im Pokal und die letzten beiden Bundesliga-Spiele jeweils rot bekommen. Drei in sechs, was Spieler angeht. Wenn du Matrazzo in Köln dazu rechnen, sogar vier rote Karten in sechs spielen. Das kann halt nicht sein. Das sind die Basics. Ein Spiel mit elf Mann oder natürlich auch im besten Fall mit der ganzen Bank zu beenden. Das hätte auch in Köln geholfen. Bleibe ich dabei. So musst du dich auch da mit einem Punkt zufrieden geben, leider. Immerhin das einzige Gute bisher quasi nach den roten Karten die Reaktionen darauf, weil wir haben kein Gegentor gefangen in Unterzahl. Böse Realität. Und ich will hier nicht anfangen mit Trainer, mit dem Thema Trainer gar nicht aufmachen. Gar keinen Bock da drauf. Ich vertraue da weiter ein bisschen. Das hat in Matrazzo gerade auch der Weg, der eingeschlagen wurde. Und womit mich diese Frage, diese Überlegung sowieso schon direkt ad acta gelegt wird, direkt vorbei ist für mich, ist eben die Frage des Ersatzes. So wäre es da gekommen. Keine Ahnung. Direkt vorbei ist das Thema für mich. Aber böse Realität. Und die sieht schon ziemlich hart aus mittlerweile. Es sind 22 Bundesligaspiele im Kalenderjahr 2022. Und da sind am Ende des Tages drei Siege bei rausgesprungen. Man kann auch den Pflichtspiel-Sieg in Dresden dazu nehmen. Es sind vier Siege. Aber Bundesligaspiele sind es drei Siege aus 22 Spielen. Das müsste Gladbach gewesen sein, Augsburg und Köln. Diese Saison ja auch noch. Kein Sieg geholt. Letzter Auswärtssieg. Haben wir jetzt ein Auswärtsspiel. Letzter Auswärtssieg im Winter 2021 in Wolfsburg. Ich bin bei Mislintat, der da auch sagt, wir hätten mit unseren Leistungen drei bis vier Punkte mehr verdient gehabt in dieser Runde bisher an der Spielzeit 22, 23. Ja, bringt halt nichts. Du hättest es verdient, aber du hast es halt nicht. Es bringt halt nichts. Und ich bin ganz ehrlich, in alten VfB-Zeiten mit anderem Management, wie auch immer, mit anderer Haltung vom Verein und alles, hätte ich schon durchaus Angst jetzt in Sachen Trainerwechsel in dieser Länderspielpause, die jetzt demnächst kommt. Bayern München. Ich glaube, zu Bayern brauche ich nicht allzu viel zu sagen. Ein glasklarer Favorit, brutal starker Kader, auch ohne Lewandowski, gutes Transferfenster gehabt. Interessant für uns, vor allem hier, wir liegen zwischen zwei Champions-League-Spielen. Das erste hier direkt gestern am Mittwoch souverän bei Inter. Bayern problemlos 0 zu 2 gewonnen mit schönen Toren. Nach unseren Spielern am Samstag, dann am Dienstag das Heimspiel gegen Barcelona. Und da wurde ich auch kurz einen Ticken traurig übertrieben gesagt, weil in Bayerns Spielplan sind wir dann so gesehen direkt über Barcelona. Ist auch vom Logo her direkt über Barcelona gelistet. Ja, gegen die haben wir auch mal gespielt vor zwölf Jahren. Vielleicht irgendwann mal wieder, aktuell ganz andere Themen, aber vielleicht könnte uns das Thema Champions League helfen bei Bayern. Vielleicht ein bisschen Schongang in der Liga, wobei ich das bei den Bayern nicht wirklich glaube, nach zwei Unentschieden und der verlorenen Tabellenführung. Frankfurt, Bochum, VfB? Das ist nämlich die Furcht, die auch mit dem letzten Punkt quasi einhergeht, sich eben in die Reihen der Bayern-Klatschen zu gesellen. Kann passieren und das kommt für mich komplett nur auf die Laune der Bayern an. In der Liga jetzt zwei Unentschieden in Folge, da können sie mal angefixt sein dadurch. Das nicht zufriedenstellen, wie gesagt, aktuell auch nicht Tabellenführer, das passt nicht in deren Welt. Das kann die Bayern, wie gesagt, auch mal anfixen, dann könnten sie eben Laune darauf bekommen. Mal wieder wen abschießen und da würden wir uns auch, ist immer noch so ein bisschen Rivalität, ein bisschen Südschlagermäßig dabei, leistungsmäßig, so qualitätsmäßig, würden wir uns anbieten, würde ich sagen, in München. Nach der Leistung gegen Schalke und eben auch sowieso dem klaren Qualitätsunterschied der beiden Kader, haben auch schon öfter mal vier oder mehr Hütten bekommen in München. Mal sehen, unter Rino okay, die Statistik spricht ganz klar gegen uns, generell gegen die Bayern, aber ich finde unter Materazzo, die Leistung unter einer Materazzo-Mannschaft für uns quasi, war meistens okay gegen die Bayern. 1 zu 3 im Heimspiel zu 20, war ziemlich unglücklich, da war sogar mehr drin, würde ich sagen. Klar, 4-0 in München, da haben wir ziemlich einen draufbekommen, da ging es auch sehr schnell dann leider. Hatten, glaube ich, auch die Bayern ihre rote Karte, die dann irgendwie was ganz Wildes bewirkt hat bei denen im Kader. Aber selbst letzte Saison, selbst das 0 zu 5, so doof es klingt, war ordentlich über weite Strecken. Da hatten wir auch Chancen, da hatten wir uns eben schnell leider in ein paar Minütchen abschießen lassen. Das ist natürlich auch zu verhindern jetzt am Samstag und dann natürlich das 2 zu 2 in München am vorletzten Spieltag, was stark war und natürlich sau wichtig, sonst hätte deren Sieg gegen Köln auch nichts gebracht, wenn du dort verloren hättest. Also ich finde, unter Matrazius sahen wir generell meist ganz so Chaos gegen die Bayern, natürlich halt auch nur einmal mit was Zählbarem am Ende. Auswärtsheimspiel, der Auswärtsvlog ist ausverkauft, die für Stimmung wird gesorgt sein, 100%. Laut der VfB-Fan-Info vom Spiel sind es 6.250 Auswärtsfans, letzte Saison waren es, glaube ich, um die 7.000. Ich denke mal, irgendwo dazwischen wird das auch diese Saison dann liegen. War beim 2 zu 2 ja auch dabei, das uns vielleicht ein bisschen Hoffnung machen kann. Da gerne einen Flock abchecken vom vorletzten Spieltag der letzten Saison und es wird eben ein Heimspiel und Auswärtsspiel. So ganz klare Geschichte, wenigstens auf den Rängen werden wir gewinnen, wenn schon nicht auf dem Platz vermutlich. Und hier die große Achtung, es gibt nichts zu essen und nichts zu trinken im Block. Das ist kein Scheiß, du darfst, steht offiziell in Auswärtsinfos drin, du darfst nichts mit in den Block nehmen. Also nur außerhalb, am Kiosk quasi, wie auch immer, aber im Block selbst darfst du nichts mit reinnehmen. Geile Regelung Bayern. Ich bin ja auch am Start, im Block 347 diesmal, letzte Saison war es ja 339. Stimmungskern ist also zwischen 342 und 345 grob, ihr habt einen Plan hier eingeblendet. Wir haben Oberrang die Karten und eben auch Mittelrang einige Plätze, die 200er Blöcke quasi. Die waren aber, glaube ich, letzte Saison gemischt zwischen VfB und Bayern-Fans. Mal gucken, wie es da aussieht. Aufstellung und ich schreibe das Skript ja immer schon einen Ticken früher, bereibe mich drauf vor, hat auch die Ausstellung schon alles durchgeballert. Und war da eigentlich schon drinstehen, ja, voll kacke, ich will euch ja immer im Vorbericht zwei Tage vorm Spiel bringen. Der VfB macht meistens PK wieder irgendwie nur einen Tag vorm Spiel, voll unpraktisch. Auf einmal machen die eine PK am Donnerstag. Nehmen wir mit, finde ich geil. Und eben die PK bestätigt auch meine Ideen, also muss ich auch nicht unbedingt viel umändern. Das passt hier. Natürlich hier die große Frage, wie wird Wagnermann ersetzt mit der gelb-roten Karte? Treten wir vielleicht defensiver auf in München? Bei Gerasi hieß es dann auch Option für 60 Minuten und Startelf. Guter Eindruck fand ich auch in ein paar Minütchen gemacht. So wie den Eindruck gemacht gegen Schalke, einfach Bälle fest gemacht, einfach gute Präsenz, Ecke raus, so Kleinigkeiten, nichts Besonderes, waren ein paar Minuten, aber Kleinigkeiten. Wichtig auch hier, wir haben wieder einen ziemlich sicheren Rückhalt mit Müller. Der entwickelt sich sehr gut, finde ich, sehr sicher. Da hinten drin auch gegen Schalke wird das sehr wichtig gewesen. Und sowas braucht man halt. Siehe Jan Sommer von Gladbach, du brauchst einen starken Rückhalt, wenn du in München punkten willst. Und ich orientiere mich von der Ausstellung hier, ich meine, so zockt man ja sowieso, aber auch von der Ausstellung her, wie die Gegner gegen die Bayern gepunktet haben, an Union Berlin. 1 zu 1 geholt am Wochenende, die auch mit einer 3-3-2-2-Formation. Also Müller, Ito, Anton Dinos hinten die drei. Dann Silas, Endo, Sosa und davor Ahamada, Karasor und vorne Tomasch und Girassi. Damit rücken halt Führig und Eckloff raus. Du hättest auch einen Führig auf rechts stellen können, Wingback-mäßig, da gefällt er mir aber nicht so ganz. Denkt da eher mal ein Ziel, dass auch wenn das natürlich auch defensiv nicht perfekt ist, vielleicht stellt er doch einen Stenzel hin. Mal gucken. Natürlich fehlt nach vorne so ein bisschen dann auch dieser kreative Fuß vielleicht mit Führig oder Eckloff, aber seien wir mal ehrlich, so viel gebracht hat er halt jetzt bisher auch nicht diese 10er-Position quasi. Führig auch so ein bisschen, klar, Tor gemacht, aber da hofft man sich ein bisschen mehr Eckloff verengagiert, aber auch nichts wirklich bei rumgekommen gegen Schalke. Deswegen vielleicht mal ein bisschen defensiver mit Ahamada und Karasor. Ahamada hat trotzdem auch ein bisschen Drang nach vorne. Die Karasor-Idee hat dann auch Rino bestätigt. Ist eine Option und eben auch für die Kompaktheit wichtig, da doch dann ein Ticken defensiver in München ranzugehen. Scheiß drauf Mentalität. Genau mit der werde ich auch nach München fahren, sage ich wie es ist. Das ist dieses Scheiß drauf, wir haben hier nichts zu verlieren. Man hat hier keine Erwartung, beziehungsweise eine Minimalerwartung. Sich halt nicht abschlachten zu lassen oder halt irgendwie dagegen zu halten. Aber sonst, klar kann man sagen, in jedem Spiel ist was drin, aber come on. Also ich meine, gegen die Bayern liegt es an den Bayern, wie das Spiel läuft. Die Bayern bestimmen dieses Spiel. Wenn die Bock haben, dann war es das halt für uns. So ist meine Sicht gerade auf das Spiel. Deswegen, Scheiß drauf, wir haben nichts zu verlieren in München. Wir haben nichts zu verschenken. Schenken auch keine Spiele her, wurde auch auf der Pressekonferenz gesagt. Klar, muss man sagen, sonst würde man sich irgendwie ein bisschen lächerlich machen. Aber auch, wie gesagt, Scheiß drauf. Keiner rechnet mit uns hier in München. Vielleicht geht was. Trotzdem, realistischer Tipp ist ein 4 zu 1 für die Bayern. Fantipp wäre ein weiteres 2 zu 2. Ihr dürft natürlich eure Meinung in den Kommentaren da lassen und im Community-Tab abstimmen. Anti-mobile Tickets. Vielleicht mache ich mich hier, oder vielleicht habe ich hier eine kontroversere Meinung, keine Ahnung. So ein bisschen als Fußball-Romantiker noch. Aber ich bin da bei den Hertha-Fans, wo ich das Bild gesehen habe auf Twitter, vom Wochenende in Augsburg. Natürlich, die Zeit geht voran. Ist klar, wir entwickeln uns. Weniger Papierverbrauch. Auch alles nicht scheiße. Ist alles okay. Aber ich bin da halt auch einer, der die Karten gerne sammelt. So von früher. Das ist halt jetzt nicht mehr drin. So mobile Tickets sowieso nicht. Ist ja klar. Ich sammle keine Screenshots. Aber natürlich auch Print-at-home-Tickets sind halt meistens so lustlose 0815-Designs. Das lohnt sich halt auch überhaupt nicht mehr. Finde ich sehr schade. Ich war immer Fan davon. Bin Fan davon. Von schönen Tickets in der Hand. Papier oder härteres Papier. Guter Druck in der Hand. Und eben verschiedene Designs. Auch Auswärtsspiele vor allem. Wir haben die anderen Vereine ihre Designs. Finde ich viel geiler, als dieses ganze mobile Ticket. Quatsch da jetzt, alles in seiner Handy-Wallet zu haben. Aber klar, die Zeit streitet halt voran. Immerhin, die Dauerkarte habe ich ja auch noch in Chip-Form wenigstens physisch in der Hand. Pokal 129 und MV. Noch drei schnelle Infos hier im Vorbericht mit rein. Pokalauslosung haben wir ja gestreamt. Live gestreamt. Bielefeld haben wir bekommen als Gegner. Heimspiel. Sehr, sehr geil. Wurde jetzt genau angesetzt. Mittwoch, 29. Oktober um 20.45 Uhr. Am morgigen Freitag wird der VfB 129 Jahre alt. Gründungsdatumsgeburtstag quasi. Dazu gibt es auch ein Video von mir. Und am Sonntag ist Mitgliederversammlung. Volles Programm. Da ist einer ab 11 Uhr in der Porsche Arena. Und hier, wie immer, der gesamte Spieltag noch getippt. Interessant für uns ja vor allem auch natürlich Bremen, Augsburg oder auch Schalke gegen Bochum. Trägt 18.30 Uhr quasi auf der Rückfahrt von München. Kann man da verfolgen, was da passiert bei unserer Konkurrenz da unten. Bedanken für's Zuschauen. Gerne jetzt kostenlose Abo da lassen, wenn euch gefällt, was hier auf dem Kanal passiert. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.